hallo hallo grüß gott du kannst deutsch guten tag guten tag ja grüß dich mensch wie geht's dir mir geht's gut dankeschön 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 super bis auch für israel warum stellst du so eine höchst politisch brenzlige frage ich habe ich bin nur trainer hier ja okay aber vielleicht hast du ja eine meinung oder so aber scheinbar ist ja die ist ja privat also ich dachte ja wenn alles an dir privat ist die offline alter free israel was los mit mir ist alles gut hast du keine meinung willst du nicht grund tun willst du nicht sagen du bist ich glaube die freie meinungsäußerung die tust du bin ja nur mit vertrauten an einem tisch sitzt tuten tun tun wir das dann ich tue das ich mache das so ich tue das richtig richtig ich pflege eher die er eher so ein handeln anstatt dass vielen menschen aufzuzwingen und ich sehe ich sehe diese globus als mein globus und unsere welt ist also so ein klassischer selbstdarsteller ja okay alles klar ich möchte dass es jedem gut geht habibi gugugaga ja ja ich möchte dass sie gut geht und es ist alles gut das ist alles was willst du dir gerade auf dem lippen ist das labello es gibt so sachen die sind privat ja und ich fragte ich will keine niere von dir alter ich mag dich nicht nach deiner bahn oder so woher kommt soviel provokation ich weiß nicht man kann so können alter das ist für tik tok alter gut du hast jetzt gesprochen er bist du immer so langweilig sag mal ehrlich du ich bin sehr sehr langweilig das wollte ich doch gerade sagen es merkt mich an ja erwarten will warum willst du mich anfangen so ein bisschen entertainment zu machen hier auf tippa wie diese leute dann mach du das macht ganz kurz eine sekunde eine sekunde eine sekunde ich kenne ihn nicht also wäre ich israeli würde ich mich schämen so ein verhalten an den tag zu legen ja oder würde ich die deutsche oder afghanische flagge haben ich würde mich benehmen ja die israelische flagge dass ich würde mich benehmen ich würde mich benehmen und ich würde zeigen dass was ich vertrete im grunde genommen gut ist ja und das ist ja aber sie sagen ja nicht was du vertritt er weiß noch nicht aus welchem land ich komme aber weiß noch nicht ob ich verwandte dort haben jetzt macht er mich auf sturm er macht mich auf sturm aber ich habe nichts über mich er hat mich auf sturm gemacht er versucht er versucht diesen comedy content bei mir zu machen aber online alle ein herzchen rein guck mal wie er mich jetzt auf stumm gemacht hat er hat mich auf stumm gemacht weil er angst hat vor mir er hat angst sich mit mir auseinanderzusetzen da ist der angst der hat angst man sieht einfach die angst der hat einfach angst der hat angst der hat angst deswegen hat er mich auf stumm gemacht der hat mich einfach stumm gemacht deswegen heute jetzt guck mal leute peace love in israel bringt mir alle eure tiktoker an bringt mir alle bringt sie mir alle bringt mir alle eure tiktoker alter bringt sie mir alle die alle nach und nach machen die mich auf stumm weil die angst haben vor konfrontationen haben angst vor mir die haben alle aus wie ein albaner albaner oder oder free israel so alles gut oder türke wie angst hat der angst deswegen hat er mich auf stum gemacht türke du du loser du also was willst du alter er hast du mich noch hast du mich jetzt entstanden nein du bist nicht auf stumm aber die ganze zeit hast mich auf stumm gehabt ne okay darf ich was sagen du sagst doch die ganze zeit was du selbst darsteller du hörst dich nicht genug reden da willst dich die ganze zeit reden die ganze zeit redest du unterbrochen darf ich darf ich darf ich ich hab ich hab ich hab's teil und das geld darf ich darf ich was ist denn los mit der rede aus ist alles gut okay ich rede aus ich rede und ich mach dich auf stumm okay okay ich mach dich auf stumm ich mach dich auf stumm ich mach dich auf stumm ist alles gut ist alles gut alles gut salam aleikum warte heul nicht warum musste da jetzt weinen warum musste da jetzt weinen für israel habibi gugugaga peace love in israel